hey yo leute na wie geht's euch mir geht's gut und ich würde sagen wir starten gleich mit zone 3 ja ich verlasse mit dir so da bin ich auch wieder in welt 3 mal wieder weil ich das natürlich schaffen möchte weil es einfach eine herausforderung ist und ich liebe oder ich hoffe dass ihr fackelt so dankeschön jobkeeper sich mal zwar nichts vor aber passt schon ist okay brauchst du dich immer zu singen schon mal deine stimme so aber nicht mit erwischt hey du bist du nicht herkommen zum stecken na gut lass dich halt in ruhe oh gott das ist so ich denke mir jedes mal der macht mir damage schreck mich immer so wenn er mich wegschiebt so haben wir dich die hüftschwingende dame die heiße dame oh gott das war eine viel zu schnelle runde gleich noch mal wow let's go ich muss das mal reintreffen so okay das ist das oh ah disser alter ah nein was geht schon vor alter cool ich mein cool oh nein was was mach ich denn jetzt alles falsch hilfe so genau so geht das BÄM habe ich dir erschreckt da so ich muss jetzt schauen dass ich zum shopkeeper kommen um ein bisschen Lebensalgie zu sammeln oh gott ha da ist er gestoppt zack hier ist mir ein bisschen zu viel los jo ein bisschen zu viel los so jawohl unser Hirsch ist auch wieder da was mach ich denn so und der Yeti komm schaffe ich den Yeti oh gott boah das gibt's doch nicht neu start oh und es geht direkt weiter krass so haben wir das und ich auch nochmal ich schwöre euch jetzt schaffe ich das bam jetzt mach ich einen auf checker jetzt mach ich das like a checker ja ich kann sehen so haha jetzt hab ich den oh gott oh ah ja genau so meinte ich das alter das gibt's doch nicht so jetzt aber komm schon schiebst du mich da hinten zack hab ich in die Mitte mit dir so mit mir was ist das feuer ach komm schon damit hab ich nicht gerechnet das ist ja voll blöd mit diesem feuer alter alter was macht der denn im job dein jobkeeper das ist nicht fair bleib weg wow fängt er an zu singen komm schon komm schon ich schaff das an was ist denn ach god das gibt's doch nicht ich ah ah jetzt aber ich gebe nicht auf eher wie wir das geschafft haben nicht das geschafft habe huch nicht auf dem eis bleiben oh mein gott da kommt die nächste die eiskalte dame achso ich darf auf dem eis mich nicht fortbewegen sonst verliere ich mein combo das war doch unfair ja ok ich hätte nach links gehen müssen ach mein oh soo zack ha ha komm schon hei geistigeist ha 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 beti ok den haben wir befreit soo uuuh genau ich darf mich nicht noch fortbewegen damit ich mein combo nicht verliere das ist doch witzig so rauf links mach ich gleich mal zack ha ha und jetzt hatte ich schon mal Ausschau nach der Treppe würde ich sagen damit ich hier mal weiterkomme haha na 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 die küsse sich die lieben sich ach gott das war cool yeah so geht das 60 minz alter 60 minz echt schlecht echt schlecht soo deck 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 soo soo ach gott überforderung hey automatisches Gefrieren das ist super und eine Bombe nochmal passt doch soo ich wollte Ausschau haben nach der Treppe hier oben habe ich noch Mützen nehmen wir nochmal schnell mit oh man nämlich wirklich die sind dringendst wichtig dringendst wichtig nämlich haha der ist vollkommen verweht na gut den lasse ich mal ach gott ach ich mag dieses Schrei was war das was war das was war das na du Dame ja man gefriert doch alle ist mir schon egal hier T schnell fern danke nein 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 na gut wieso du gehst dich nicht ein yeah jetzt fallen wir halt in die Falltür na gut das war nicht so spektakulär gewesen jetzt aber trotzdem alter das kann das 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 ist doof ich schaff das noch das ist eine echte echte challenge das ist eine echte challenge für mich und ich werde das schaffen Mann Level 3 ist wirklich schon ein bisschen heftig mit dem Deutsch am Anfang muss ich schon sagen weil es ist einfach ziemlich überfordervollen wenn die Musiks oh mein Gott 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 hey dieses Pär das hatte ich eigentlich noch nie erklärt fällt mir gerade ein das ist einfach das wird einfach nur das macht einfach rundherum Schatten und da kann man nicht wissen ob das Monster sind oder nicht oder einfach den Überblick verlieren ich glaube das ist der einzige Grund dahinter hey T ich finde es so lustig dass der nur ein Herz hat obwohl er so protzig ist hey super da ist die Treppe und noch der Shopkeeper hey das ist ja das ist ja richtig wunderbar so haben wir hier ja wir haben genug Münzen super freut mich aber immer noch mit jemanden ich weiß nicht warum ich möchte sie trotzdem mitnehmen obwohl ich ja nichts damit anfangen aber egal gut huch nicht nur rum nicht nur rum so so ha 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 ja wohl la 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 hey dieser Ring der heilt glaube ich jede Runde so weit ich mir das gemm...merkt habe das ist so erhalte Blut was geht Blut erhalte Blut erhalte Blutwaffe ah ok hey das ist oh mein Gott ich will doch nicht so viel Blut ergeben wie soll das boah das ist mir zu viel Blut weggenommen Hilfe ich brauche schnellstens eine Heilung ich dachte dafür jetzt nur so ein Herz oder so ein bisschen aber die Blutwaffe wissen wir schon was sie macht jetzt muss ich hier noch sieben Monster töten verdammt hab ich was gesagt? nö passt man das ärgert doch ok haben wir den erwischt schon unglaublich viel Gold eingesammelt so shopkeep oh ja das das will ich haben schnell Münzen holen 2 Herz Container für so mua gut bei der Welt 2 hatte ich aber auch schon ziemlich Glück muss ich sagen weil ich da immerhin direkt am Anfang ja das tolle Item bekommen habe so ah so das ist dumm gewesen dumm komm schon stirb und das das was mach ich denn ich bin so blöd das gibt's nicht wie oft bin ich jetzt schon gestorben ja gut komm ich mach mal kurz hier eine kurze Runde gut hier ist der Boss Bosse trainieren kann man hier gibt's Bosse nämlich die 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 Bosse halt die Blues ist ja der Schachspieler King Konger kennen wir schon das ist der Affe Death Metal ist dieser Schnelle mit diesem Fledermäusen Schild der Sänger hup Coral Rift das ist diese Krake mit den Instrumenten und Dead Ringer was Dead Ringer Necrodancer dann kommen noch zwei Bosse oh mein Gott oh mein Gott ich muss das Spiel weiterspielen oh mein Gott da krieg ich halt richtig Lust mit Melody weiterzuspielen damit ich endlich durchgespielt habe damit ich weiterkomme ich bin so gespannt was hier alles noch passiert ah Entschuldigung ähm gut ich probier dann nochmal zu Zona 3 und dann würde ich sagen starten wir bei Necrodancer nächste Folge mit Menody bei alle Zonen Modus damit ich endlich mal weiterkomme hier also verlassen Diamanten verlieren Bam ok jetzt habe ich kurze Pause gemacht das hilft meistens ein bisschen nachzudenken damit das ganze wieder flüssig dahin geht weil ich sonst einfach ja nur noch Scheiße bau so schön vorsichtig bleiben nicht angreifen sonst hätte ich Schaden genommen yeah nein nein nicht du so 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 wie ich denn schon so viel hey die Kiste kann ich töten Karte Karte. Diamanten! Drei Diamanten. Und Kiste! Boah, ich weiß nicht, ob ich das nehmen möchte. Das bringt mich zur Zeit so viel raus. So viel raus, Alter. Nein, nein, jetzt ist alles ganz lang da. Nein, nein! Ich habe zu spät gesehen, dass das der Hund ist. Dieser zappelnde Wichter, der springt nämlich immer schräg. Ach komm. Wie cool, jetzt bleibt die Musik die ganze Zeit langsam. Na gut, Neustart! Neustart! Okay, Shopkeeper, was hast du anzubieten? Ja, Mann. Nein. Ein Herzcontainer. Okay. Nein! Hat er mich zerquetscht. So. So. Wow! Ich müsste unbedingt beim Shopkeeper dieses Item kaufen, dass ich alle Items sehen kann. Das ist schon sehr wichtig. Boah, wie weit geht es denn hier runter? Oh mein Gott! Droh! Mist, ich hätte eher runter können. Aber egal. Ist ja nichts passiert. So, was haben wir hier? Oh! Oh! Hier haben wir Fledermäuse! Da, Alter! So spät. So. Ja, gut. Das lassen wir einreden, sodass ich mein Combo nicht wieder verlieren. So. So. Crack! 40 Münzen? Okay, okay, okay. Äh, was nehm ich? Äh, ich werde... Hm... Lüstung nehmen. Das ist ja nicht, was nehm ich. Ich hab mir schon mehr erwartet. Haha, aber egal. Ich dachte immerhin sind wir in Level 3 und machen daher... Äh, kriegen daher ein bisschen bessere Items schon. Aber naja, ich werde auch gleich zum Shopkeeper rennen, ich hab's nicht vergessen. Ciao, schon wieder! Ich hab doch vollkommen... Ehhhh, ich hab doch so fest drauf geklickt. Mann! Versteht das nicht? Was will der von mir? Äh, ja, ich hole jetzt doch schnell, nachdem ich hier alle umgebracht habe, hole ich mir meinen verdienten Herzcontainer ab mit dir. Zu. Du. La. Lie. Hm, 25. Was hat der sonst noch? Die Stiefel. Das Goldshirt. Nee. Nee. Und jetzt ab in die Treppe. Oh, da biebt jetzt schon wieder Road. So. Und wir sind in Welt, äh, Level 2. Uh, diese... Mann! Mann! Nein! Ich glaube, das wird nichts. Jetzt... Wisst ihr was? Ich plane das jetzt so, dass ich mit, äh, Melody mich eintrainieren werde, damit ich mit ihr weiterkomme. Weil ich jetzt einfach komplett verwirrt bin von der Steuerung her. Weil ich jetzt einmal umgesetzt habe, jetzt wieder umgesetzt, jetzt komme ich einfach nicht zurecht vor. Und mit diesem breiten Schwert, oh mein Gott. Na gut. Ich werde das irgendwann später nochmal probieren. Ich habe jetzt einfach nur gefailt, diese Folge. Sorry, dass es ein bisschen langweilig war, weil nichts weitergegangen ist, aber egal. Passt. Dann, danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge bei den Necron Dancer. Ciao. Ciao.